Du schon wieder, ne? Hab ich gesagt, ich bin da. Wir sind bereit. Du hast eine Karte verloren. Es geht, alles gut. Ja? Ja, 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 ja. Morgen. 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 Und wieder! Huh? Min, min, min! Min, min, min! Sollet! Sollet, schick! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Komm, ich mach den Roman auch noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Alhamdulillah. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hey, how are you? Hey, how are you? Morning. How was the flight? It was good. A little bit early, but it's okay. Glad to be here now. Yeah, very happy to be here. Happy to train again? Yeah, of course. Yeah, of course. I haven't trained for quite a while, so I'm happy to play football again. Yeah. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. Oh, yes. Dann haben wir die Angelegenheit und die Angelegenheit. Und jetzt sind Sie leitert. Wenn Sie in ... A walk of 5.30 Uhr? Ja, dann habe ich den Angelegen. Werden Sie den Busschen? Dann starten Sie. Ich bin sicher, dass du es verbrechen kannst. Alex, du bist ja überall. Hallo. 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 Ja, du bist ja überall. Oh! Nein. Yes. Also es gibt zwei Sachen. Auge. Das da hat sich hingehen. Ja, ja. Und da gibt es noch dieses Symbol, da kannst du aber auch Gesicht sagen. Das ist das Spiel hier, ne? Das werde ich ja nächstes Jahr nicht mehr sehen. Das ist ja echt. Eigentlich ist das nicht das Geilte. Ich war so ein bisschen über deine Angst davor. Heute war es also. Ciao, ciao. Guten Morgen. Alles Gute. Ciao. Ja, du musst dich. Ciao. Jetzt sind wir einfach abgehauen, oder was? Ich wollte gerade sagen, wie nehme ich meine Kopfhörer raus und jetzt ist sie abgehauen. Ich lasse nie abgehauen. Es ist gut, du kannst mich alle aufgehauen. Ich lasse nicht weg, oder was ich für den Kopfhörer raus kaufe. Ich lasse nicht weg. Das ist schon ein bisschen passend. Ist schon ganz schlecht. Ich habe dein Auge gesehen. Das ist die 300-Hankstelle. Das ist die 500-Hankstelle. 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 Was machst du denn hier? Das haben die so durchgedacht. Was machst denn du jetzt hier? Nein, ich spinne die Fahne aus. Aber du hast ja gar nichts gemacht. Nein, ist schwer. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Guten Morgen. Mir ist eigentlich alles wichtig. Ich glaube, wenn ich dich mit all die Werks und all die Sachen... Das war's. Min! Min! Wie geht's, Daxo? Wie geht's, Sumi? Ja, wie geht's. Wie geht's, Daxo? Ja. 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 Ja, deswegen fang ich ja. Hallo. Danke dir. Hi. Wo sollen wir uns platzieren? Erstmal kriegst du ein Mikrofon. Entspannend, aus Japan. Hektik. Wer gewinnt, muss nicht anfangen. Ja. Das ist genau dein Spiel. Du hast das Spiel verstanden. Alles gut. Jetzt geh rein! Nein, du kriegst doch einen, Mann! Guck mal, jetzt die Mitte. Mit? So. Ich schaue mir gerade die Modelle aus der deutschen Literatur an. Dieses Spiel? Wenn ich ihn doch noch werden will. Was ist das? Nein, nein, der. Nein, ich habe doch jetzt gerade angefangen. Hallo, hallo. Tja. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich werde das Spiel in Englisch erklären, und dann in die Französisch. Ja. Ja. Für die Fragen. Also nicht auf meine Französisch. Das flingue. Tja. 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 145 Minuten. Wow. Tja. 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 Das ist vonНу찰? Ja, Tja. Fortug chains, ja. Oh, ja, wow, wicke. Nein, ihr wolltarישen. Ja. Ja, vielen Dank. Ey! Robo? Ja? Hast du gleich einen Livestream? Yes! Was erwartet uns gleich? Jede Menge Fun und Action, hoffe ich. Nein, wir werden mal ein bisschen darüber sprechen, was auf dem Platz passiert, so die uns drauf sind. Und wir haben einen neuen Mann da, worauf man sich bestimmt freuen kann. Daniel Marlen, und den gucken wir uns natürlich auch an. Und ansonsten schauen wir mal, was das Training hergibt. Und Leader Marlen. Garnt! Wie geht's, wie geht's? Ja. Ich muss gucken, dass Simmer jetzt nicht bereit ist. Einmal. Wie geht's dir? Danke. Danke. Hallo, hallo, hallo. Hi. Hi. Grüß dich. Willkommen. Danke, danke. Ja. Komm, zwei noch. Zwei machen wir noch. Ja. Wegfahrt. Absoluter Ball. Ja. Ja, du kannst aufhören. Aber ich schaff's. Wer weiß, wo ich hinschieße, aber er kriegt den Ball nicht. Habe ich gesagt, ich bin da. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis jetzt sind die Eindrücke durchweg positiv. Ich glaube, man spürt auf dem Dreiecksplatz, dass alle Bock haben. Jeder weiß, es ist keine optimale Vorbereitung, aber ich glaube, wir dürfen nicht jammern, weil die anderen Vereine, also viele Vereine haben das genauso. Und ja, es ist schon extrem, weil nächste Woche ist schon das erste Flischspiel. Aber man kann das nicht ändern. Man muss so nehmen, wie es ist. Und man muss versuchen, wenn man auf dem Platz steht, auch wenn man nicht zu unabhängig sind, da fit ist vielleicht, Gas zu geben. Du schon wieder, ne? Was ist, Marco? Was ist los? Warum schon wieder? Machst du mich nicht? Du läufst mir immer hinterher, ey. Ja? Wir haben 25 andere Spieler. Und du bist der einzige Kapitän. Wie geht's dir? Gut. Siehst du das Wetter? Yes. Ja? Warst du schon am Pool? Jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Schön. Freut mich. Danke. Das glaube ich dir aber irgendwie nicht. Doch, ich freue mich echt, dass es dir gut geht. Ja? Ja. Er liegt noch nicht zu spät. Okay. Ich bin doch nicht zu spät. Zettel, Zettel! Applaus Applaus Das geht, alles gut? Ja? Ja, ja. Gut, das letzte Spiel, oder? Testspiel. Haben wir alles gemacht. So, zum Abschluss des Tages und des Testspiels habe ich hier noch meine zwei Torschützen, Tiggi und Lenny da. Ich wollte einfach fragen, was ist euer Fazit zum Spiel und wie habt ihr es heute gesehen? Ich glaube, man kann heute von einer richtig, richtig guten Leistung sprechen. Wir haben wirklich den Gegner von Anfang an beherrscht, machen zu den richtigen Zeitpunkten auch das Tor oder die Tore. Da war eigentlich gar nicht oder ist nie was angebrannt. Hätten sogar noch mehr Tore schießen können. Ich glaube, als abschießender Test können wir oben auch zufrieden sein. aber die Tore Endlich halt, endlich bis aufhören. Zigenato! Schlechte Mensch, ne? Die ganzen neun Tage waren es mit einigen Livestreams, vielen Inhalten, schweißtreibenden Einheiten. Wir danken uns bei euch für die vielen Fragen. Bei 1&1, die den Stream zur Verfügung gestellt haben, die alle Streams zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, dahinten wird jetzt noch gesungen für Steffen Tickes. Wir haben uns ja gerade live live on air, das Geburtstagskind. Wir verabschieden uns aus der Schweiz, melden uns dann nach Anfang wieder. Das machen wir. Bis bald. Ciao.